So Leute, da sind wir wieder bei einer neuen Runde von Let's Play AdWords Wars, die AdWords-Kampagne. Und wir haben das letzte Mal ja mitten in Yellow Comet aufgehört, nachdem wir Kanbae ein bisschen aufs Maul gegeben haben. Und jetzt will Kanbaes Tochter Sonja weitermachen, weil wir Kanbae ja schnell genug besiegt haben. Und, ah ja, Alter ist auch übrigens wieder mit dabei. Den brauche ich ja hier, damit er mir den Guide vorliest. Und jetzt kommen die wunderschönen Sonja-Missionen, die ich ja so sehr liebe. Also, leg mal los. Alles klar. Day 1. Move your 2 Infantry East. 2 Infantry East. Das ist in die Richtung. Attack the Rocket Launcher with your Northwest Tank. Das ist der hier. Ah ja, ich liebe Max, wenn er so etwas machen kann. Ja. Einmal mal Raketen, werfen wir mit dem Jagdpanzer, one-hidden. Move a mech north, then attack the launcher with your remaining mech. Ja. Hierbei ist die Reihenfolge wirklich egal. Noch irgendwas? Move your remaining tank one west, four north, and your mid tank, and recon east along the road. Move your APC one north, one north east, and your APC one north east, and your APC one north east. One north east, and your APC one north east, and your APC one north east, and your APC one north east. Okay. Okay. Dann schauen wir mal. So, Tag 2. Day 2. Attack the Rocket Launcher with your 2 Infantry from the north and west. Das haben wir gemacht. Load your healthy mech into the APC, and move it one east, three north, and drop the mech east. Then attack the artillery. Then attack the artillery with your... Warte. Wir sind ein Tank wahrscheinlich mal stark von the north. Es ist das einzige, was rankommt. Ja, ich will das nicht, ich wollte nur verhindern lassen, wie das passiert. Dann attack the tank with your Rocket Launcher, then mech. Das Max mit seinem Raketenwerfen mal wieder was trifft. Move your Mid-Tank and Recon-North, your Aceleraine. Mid-Tank and Recon-North. Recon-North. Das. Ähm, weil ich jetzt nicht weiß, wie genau das definiert ist, mache ich hier mal ganz kurz einen Speicherpunkt, weil North heißt einfach nur so, das hier. Ja, hier steht nur Move your Mid-Tank and Recon-North. Ja. Your Aceleraine North along the road. Ja. And your remaining tank to east. Ja, to east. To east einfach nur, okay. Ja. So, dann kommt die Enhanced Vision. Day 3. Move your Mid-Tank one east to north. Load an Entry. Okay. One east to north. Das wäre hier hin. ja lohten im country into the apc east of your mit 10 entjur uh... herr pittling so auch auf die europäische auf die tatsachen das ist hier mucke oberst weg bei morgen bestmix die hier preis ganz ganz am besten kann ich die nicht da ist so weit weg dann halt so du hast du liebte auch zu erinnern die europäische haupt vor erloggen sonst noch irgendwas Oh, gut. Da dran. So, Day 4. Use your core power. Oh, liebend gerne. Move your APC North and drop your Infantry East. Move your tank north and attack the rocket launcher with your mid-tank from the south. Uh, das tut weh. 156% Schaden. Und zwar schon. Na gut, der ganze Rest da unten darf dann sterben. Day 5. Lass mich raten, begin capturing. Begin capturing, attack the mid-tank with your mid-tank. From the west. And attack... And tank from the east. Ja. Day 6. Finish capturing. Ja. Ding. Den weiß ich noch auswendig. Oh, sie lässt mich gar nicht äh... Capture lässt sie mich gar nicht mal finishen. Na gut, dann... Sie ist mit ihrem mid-tank noch auf die Infantry drauf. Naja. Wird's halt einen Tag später. Na gut. Wird's halt mit. Gowego. Dauw. Tja... Dauw. Tja... Hier ist trotzdem noch ein perfekter S. Ah, wir haben schon den nächsten Rang erreicht. Dann kommt die nächste Sonja-Mission. Das ist die mit Samy. So. Day 1. Day 1. Load your mid-tank and south infantry into the south loader and move it to the west part of the south shore. Dropping the infantry south mid-tank east. Load your mid-tank and north infantry into the north lander and move it to the west edge of the north shore. Dropping the mid-tank and north into infantry east. Move your mechs and rocket launcher into the east and create two infantry. Move your battleship to south, your cruiser to south on east and dive north of your cruiser. Okay, hammer. Okay, hammer. Okay, hammer. Okay, hammer. Dann hammer. Take the mid-tank with your rocket launcher and move your north infantry into the north. Ein mit-tank. Ein mit-tank zum angreifen habe ich hier nicht. Was? Okay. Was? Was war das, was war der nächste, äh, Schritt noch? Move your north infantry into the north and begin capturing the city. No. North infantry north. Ähm. Okay. Die, das ist die nördlichste Infantrie, die ich habe. Wenn ich sie nach Norden bewege, habe ich hier keine Stadt, die ich capturen kann, aber egal. Äh, ich kann, ich kann auch versuchen, die Mission wieder freie Schnauze zu machen, aber egal. Ja, mach das jetzt. Hm, ich besetze jetzt einfach mal hier. Mach mal's freie Schnauze. Bei der Mission sollte es eh nicht allzu schwer sein. Okay. Okay. Du könntest mir bestenfalls sagen, was drinsteht, welche Einheiten man in den Basen bauen soll. Das wäre vielleicht noch hilfreich. Moment, ja. Moment, ja. Hast du das gefunden oder ist da nix am Tag 2? Okay. Two infantry. Okay. Hast du die Factory get captured? Yep. We're fine. Okay. 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 Das ist doch 3. Ja, ich mach hier sowieso schon alles frei Schnauze. Wie steht hier einfach so, create a lander. Ein Landeboot soll mal so bauen. Ja, gut. Und dann bauen wir halt ein Landeboot. Wenn ich das mache, dann schießt er mit dem da mit, aber okay. Okay, der bleibt einfach mal da stehen, der APC. Ach, und weil es nicht schaden kann, mach es eh frei Schnauze. Also kann ich bauen, was ich will. Okay. Okay. So. Der Mid Tank ist fast weg. Dann können wir doch eigentlich auch hier rangehen. Dann. Der guten alten Cruiser ist immer Verlass. So. 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 Co. Oh, so viel�pland. Es ist eine Capture Map, also ich muss nur schneller als sie mehr als die Hälfte der Basen auf der Karte besetzt haben. Das ist alles, was ich brauche, um hier zu gewinnen. Und im Moment brauche ich noch sieben. Da war er drin, okay. Das ist alles, was ich brauche, um hier zu gewinnen. Oh, okay. Sie hat die letzte besetzt. Okay.